Mein Name ist Tim Oberli, ich bin 17 Jahre alt und aktuell im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zum Hotel Kaufmann hier im Mövenbeekreggensdorf. Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein unbeschreibliches Gefühl und dass offiziell der beste Lernende in dieser Kategorie sein kann, das ist ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass ich früher noch fasziniert war von dem Ganzen, schon als Kind, von dem Konstrukt Hotel und Gastfreundschaft im Allgemeinen. Ich denke, da habe ich mein Herzblut aneinander schon vergeben, schon in früheren Jahren. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich den Effort zeigte, um mitzumachen. Ich denke, das ist wirklich gerade Swisscales, das alles mitmachen ist. Und wenn man nicht gewonnen hätte, wäre ich sowieso stolz darauf, dass ich mir die Zeit genug habe, um mitzumachen. Ich freue mich am meisten, auf das Team hier zu sein, auf einen Teil dieser Gastronationalmannschaft, also der Schweizer Nationalmannschaft, die Schweiz auf dieser internationalen Bühne zu treffen und hoffentlich auch Gold für die Schweiz nach Hause bringen. Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020